Sonst ist noch irgendwas zerstört gewesen? Nö, ne? Ich baue hinten mal noch eine Kiste. Ich habe übrigens was Leckeres für uns gemacht. Musst du gleich mal herkommen. Einen Moment. Bist du oben? Im Bauernhof? Ne, ich bin in der Bäckerei. Das ist wie so eine Shoppingstraße quasi, wo die ist. Und da rinnt das Ei. Huch. Okay, ich bin zu blöd, um dieses Ding zu finden. Äh, ich muss irgendwo deinen Namen suchen. Dein Name. Ist das die Bäckerei? Das sieht aus wie eine Bäckerei. Bäckerei? Das sieht aus wie eine Bäckerei. Das ist unser Bauernhaus, Alter. Das sieht aus wie eine Bäckerei. Da bist du. Hallo. Du fliegst doch, du cheatest doch. Niemals. Alkut, aus. Fühlt sich nur aus. Jo. Ha. Für was denn? Essen. Die kann das doch alleine. Nie, was ist. Nie, was ist. Nie, was. Nie, plus damit schneller geht. Spielen und aufnehmen, deswegen finde ich's gerade eigentlich unangebracht, darüber zu diskutieren. Ich sag mal, Schüssel bringen, sowas ist ja jetzt kein Problem, oder? So. Mit dem Essen weiß ich dann halt, wüsste ich nicht. Ob ich jetzt alleine essen kann, oder nicht? Na ja, aber ich meine, ob du das jetzt mitten hinkriegst, meine ich. Nee. Nee. Ach, nö, 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 ach. Das wird gelöschen. Na ja, sagst du dann bescheid, wenn man nach Hause sitzt. Jo. Tschüss. Was ist denn los? Immer dieses einfach los. Ich, ich will mal eine aufbauen und erst mal eben kein Telefon klingeln. Warte, du nimmst auf? Ja, klar. Was? Ja, klar, deswegen sag ich doch, du sollst den 6 Demo ausmachen. Okay, sag das doch, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab schon eine ganze Zeit aufgenommen. Das kann ich ja nicht riechen. Ja. Natürlich. Äh, okay, äh, äh, ja, warte. Wie mach ich den aus? Äh, Game Mode, ne? Hm. Äh, Game Mode. Null. War das, glaub ich. Zu. Oh mein Gott. Zweifel. Hm. Nicht dann. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Ich find dich nicht. Wo bist du? Garten. Äh, Garten. 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 So, komm erst mal rein, es regnet. Viel zu nass und kalt. Ich mag Regen. Ich hab' aber gekocht. Ah, was gibt's denn, der Chris? Hier, dat gibt es. Und das. Ich hab' aber, das ist ja auch komisch, findest du nicht. Ja, warum? Ich hab doch wieder alles angepflanzt, während du nicht da warst. Ist doch alles schön gemacht. Nur man weiß halt nie. Man weiß nie. Alter. Der Fantas... Oh Gott, ist das viel. Ja, eben. Oh Gott, ist das verdammt viel. Oh Gott, da fehlt aber noch ein Feld. Da fehlt ein Feld. Für was, bitte? Ich weiß nicht. Menschenköpfe? Vollidiot. So. Das ist doch witzig, so. Feld voller Menschenköpfe. Gesundheit. Aua, danke. Ist nicht auf alles hier falsch. Falldamage bekommen, ey. Ah. Was machen wir überhaupt hier gerade? Einfach nur über Baumkronen springen, weil es toll ist. Au. Ich bin Tarsat. Da, da. Ja, ist okay. Feil. Okay, 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 okay. Hoppam, Gangnam. Gangnam. Gangnam, Schlacht. Hoppam. Gangnam, Keks. Nein, nicht schon wieder. Hoppam. Nein, nein. Da geht's raus. Ich kriege dich. Du Monster. Nein. Spinne. Ich kriege dich. Was? Ah, Gott. Man muss nicht sprinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat mich gleich, ja, hat mich gleich, ja, hat mich gleich. Ich trau mich nicht mal nach hinten zu gucken. Wo ist er? Sicherlich aus mir teilt. Er will mich aus mir teilt. Oh Gott, er will mich aus mir teilt. Hä? Schade bitte, Ola, deine Eise. Jo. Finde ich auch. Also ich auch. Scheiße, Scheiße, Scheißtür, Scheißtür, ich komm nicht raus. Scheiße, 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 Scheiße. Oh Gott, da. Oh, in der Bäckerei. Und ich mach die Tür auf und die steht da oben drin. Und ich denk immer so, oh, oh, schnell wieder zu. Oh, das, das, äh, das wollte ich nicht. So, ähm. Ja. Äh, was, was wollen wir denn jetzt tun? Also, außer Vita sind auf, oh Gott. Ich bin auch gerade in diesem Haus gewesen. Äh, tut mir leid. Äh, ist. Äh, ist. Nein. Er ist halt erwartet. Er verfolgt mich. Nein. Ich bin eingesperrt. Nein. Nein. Wo bin ich gespawnt? Im Schnee, mein Freund, im Schnee. In deinem Haus. Scheint die Sonne aus. Oh, ist das hell. Warum scheint jetzt die Sonne plötzlich? Wo bin ich gespawnt? Hä? Nein. Geh weg. Geh weg. Ich schau wieder. You obviously have no chance. Okay, ich weiß, wo ich gespawnt bin. Wo denn? Äh, bei dem Haus von Kevin Mir. Ach so. Ja, wir hatten auch irgendwo mein Haus gebaut hier in der Nähe. Ach so, was machen wir denn jetzt eigentlich noch? Normalerweise, das Feld ist besamt, äh. Ja, hast du schön einen wieder abgespitzelt. Kampfjahr hat seine Hütte nicht hingekriegt. Also, das ist effektiv alles, was wir in der Aufnahme hingekriegt haben. Ich find's schockierend. Äh. In der nächsten, in der nächsten Aufnahme geh ich mal, gehen wir mal in den Baumodus und dann bauen wir, ich denke mal, am Wasser. Ey, mir fehlt so eine Art Hafen noch. Also, irgendwie so eine Anbindung. Ein Hafen. Ähm, das sollten wir dann am Meer machen, oder? Find's nicht. Also, so hier irgendwie, die, irgendwie dahinter. Hier so. Danke. Danke. Äh. Ab da rein. Schneller. Schneller. Was ist denn, es geht da? Gescheitert. Au. Ach, stimmt. Das war das Haus. Und wem war das Haus? Ich glaub, das war... Also, ich würd sagen, ich beende an dieser Stelle einfach mal wieder die Aufnahme, weil irgendwie, wir haben bis jetzt nicht viel hingekriegt, außer halt, wir waren in der Höhle, haben ein paar Sachen gesammelt. Hälfte davon ist auch schon wieder weg. Weil er ja in der Höhle gestorben ist. Wir sind dann außerhalb gestorben, eine Riesenjagd, um die Eitelis wieder zu kriegen. Und, naja. Also, wieder nur Tüdelü hin und her, sinnloses Geschwankel, ohne dass was in der Farm passiert, was mich ehrlich gesagt ein bisschen stört. Ich denke mal, ich mach die Folgen jetzt auf, äh, 20 Minuten Länge. Dann hab ich die nämlich schneller weg. Und, äh, danach geht's, denke ich mal, an diesen Teil hier der Farm. Denn, der ist mir, ehrlich gesagt, arg unterbesucht. Und ich würd sagen... Äh? Äh. Äh? Äh. Äh? Äh, okay, der, der Teil der Farm. Okay. Ist okay, ja, ist okay. Lass mich bloß erholen. Äh. Äh. Nein, er verfolgt mich zwar noch. Nein. Und jetzt, der finale Schlag. Nein. Nein. Nimmt das Schwein. NStein. Nippe, 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 nippe. Ah. Ich geh trinken. Besser. Wo bist du hin? Wo ist er hin? Nein! Kamikaze! Da kommt er! Versucht mich umzubringen! Warte mal, bleib mal da unten! Geh mal hier, schwimm mal, schwimm mal hier so ungefähr hier unten hin! Warum? Einfach, weil ich's kann! Da bin ich! Ja, wieder auf! Ohne zu sterben war dabei die Devise! Ehrlich? Ja, eigentlich schon! So, Alter! Ja? Ja? Los, geh wieder da unten hin! Manu? Ja, du wirst du so sterben! Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Äh, verdammt! Verdammt! Ich werde sowas... Oh Gott! Ähm... Die haben ein Schwert auspacken! Wo sind meine Items hin? Geh her, Writing! Du bist gestorben. Nein. Ja. Man, du schläfst ein bisschen bei mir. Nein, ich habe geleckt. Gewehr. Wow. Was war das? Ich bin ja nur... Ich kann fliegen. Eine Verfolgungsjagd um seine Items. Wie wird die Verfolgungsjagd aus? Gewehr. Gewehr. Du blöder Sack. Gewehr. Der Kaktus. Au. Au. Ein Kaktus. Gewehr. Gewehr. Eins. Nein. Gewehr weg. Was? Was mir gehört? Nein. Schleckerei. So, jetzt ist es gut. Gewehr. Okay. Nein. Nein. Gewehr. Schiene. Turutin. Zauni. So starb er. So starb er. Manuel, er starb so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.